Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, in diesem Video geht es um neuere Webinar-Formate, die sich durch die starke Zunahme von Live-Online-Veranstaltungen im Jahr 2020 entwickeln konnten. Es lassen sich zwei große Trends beobachten. Erstens werden immer mehr analoge Tagungs- und Bildungsformate in den Online-Raum übertragen und zweitens versuchen die Anbieter bei Live-Online-Veranstaltungen die Bedürfnisse der Lernenden stärker zu berücksichtigen. Das sind bei erwachsenen Lernenden vor allem Austausch und Interaktion, die Möglichkeit selbst Themen zu wählen oder mitgestalten zu können, sowie Flexibilität. Und das auch im Online-Raum. Webinar-Formate, mit denen Sie diesen Bedürfnissen gerecht werden können, sind zum Beispiel das Online Barcamp, der Online Disk Space, das Online World Café, der Online Lightning Talk und Austausch bzw. Socializing Webinare. Ein Online Barcamp ist ein Format für virtuelle Tagungen. Das Programm steht vorab noch nicht fest, sondern wird von allen Teilnehmenden gemeinsam zu Beginn festgelegt. Anschließend finden mehrere Sessions parallel statt, die ca. 45 Minuten dauern und im Videokonferenz-System über Breakout-Rooms umgesetzt werden. Die Teilnehmenden entscheiden spontan, in welche Session sie gehen und können jederzeit zwischen den Räumen wechseln. Die Teilnehmenden sind gleichzeitig Teilgebende. Alle sind in den Sessions aktiv und diskutieren. Eine Person schreibt während der Session mit und der Organisator stellt die Protokolle nach der Veranstaltung online zur Verfügung. Der Online Disk Space ist ein weiteres interaktives Tagungsformat, wobei die Vortragenden geladene Expertinnen und Experten sind. Zu Beginn stellen die Referentinnen ihr Thema und die Inhalte ihrer Disk Space Session kurz vor. Anschließend begeben sich die Referentinnen jeweils in einen Breakout-Room. Die Teilnehmenden entscheiden, zu welchem Thema sie weiterarbeiten möchten und folgen in einen Raum. Wie beim Online Barcamp können die Teilnehmenden zwischen den einzelnen Sessions wechseln. Bei längeren Veranstaltungen kann es auch fixe Zeiten für den Wechsel zwischen den Räumen geben. Am Ende kehren alle in den Hauptraum zurück. Die Referentinnen berichten über den Verlauf und die Diskussionen in ihren Sessions. Ein Online World Café wird ebenfalls über Breakout-Rooms umgesetzt. Die Teilnehmenden bearbeiten in Gruppen vorgegebene Fragen zu einem bestimmten Thema. Für ca. 15 bis 20 Minuten steht in jedem Raum ein Host zur Verfügung. Wenn die Zeit abgelaufen ist, wechseln die Gruppen die Räume und arbeiten zu einem anderen Thema weiter. Die Teilnehmenden halten die Arbeitsergebnisse in jedem Raum digital fest und setzen die Arbeit der Vorgängergruppe fort. Dafür können sie als Host z.B. Pads, Online Whiteboards oder Online Dokumente zum kollaborativen Arbeiten vorbereiten. Haben die Gruppen zu allen Themen gearbeitet, kommen sie zurück in den Hauptraum. Die Teilnehmenden präsentieren und diskutieren die Arbeitsergebnisse. Ein weiteres Teilgeberformat ist der Lightning Talk. Er besteht aus vielen kurzen Vorträgen, die idealerweise höchstens fünf Minuten dauern. Mit diesem Format geben sie den Teilnehmenden die Möglichkeit, kompakt eigene Erfahrungen und persönliches Wissen weiterzugeben und gleichzeitig Inspirationen von Kolleginnen zu erhalten. Bei Bedarf kann es abschließend eine Diskussion geben. Die Moderation bestimmt den Ablauf der Vorträge. Bei einem Austauschwebinar treffen sich Lernende in einer Videokonferenz und tauschen sich über Lerninhalte und Erfahrungen aus. Handelt es sich um ein informelles Setting, spricht man vom Socializing Webinar. Bei diesem Format geht es darum, das Gruppengefühl zu stärken und die Vernetzung unter den Teilnehmenden zu fördern. Bildungsanbieter oder die Lernenden selbst können Austausch- und Socializing-Webinare organisieren und moderieren. Nutzen sie regelmäßige Austausch- bzw. Socializing-Webinare, wenn sie den Aufbau von Communities of Practice unterstützen möchten. Sie können die beschriebenen Webinarformate als eigenständige Veranstaltung oder als Teil eines größeren Bildungsangebots im Blended Learning Format anbieten. Auch eine asynchrone Phase als Vorbereitung auf die Live-Online-Veranstaltung kann sinnvoll sein. Entscheiden Sie selbst, was für Ihre Zielgruppe und die Lerninhalte am meisten Sinn macht. Wir wünschen viel Erfolg bei der Umsetzung!